Oh, die Hatch ist da. Ja, ist da rausgehen. Ja! Yippie! Gott, ich will auch! Yippie, oh nein, Yippie. Bei Aaron bringe ich zum Aufgang. Dies, Yippie, Alter. Das war aber geil. Ja, Ripp Edli auf jeden Fall. Yippie! Junge, diese Waffe ist so kacke. Junge, der furzt ja ultra laut. Echt? Ja! Jetzt kackt er da hinten. Das ist der Kackmann. Sieht ein bisschen aus wie der Klockner aus Notre Dame. Der Kackmann. Ich muss mal das googeln. Den haben wir Hubs. Oh nein, da kommt der Stück! Äh, der Stück, das Stück. Der Stück? Ich mach den nicht. Der eine Addon heißt Blutige Boa. Wenn man, wenn man irgendwie Zahnfleischbluten hat und Boa sagt, ist dann auch ein blutiges Boa. Boa. Boa, Mari. Boa, der war schlecht. Boa. 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 Boa Maschine. 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 Ah, Apfel. Ich liebe Apfel. Oh mein Gott, schmeckt der geil. Apfeltee und Kegi-Esser. No Choke, schmeckt der geil. Mmm. Mmm. Yum, yum, yum. Das ist eine Zeit, äh, das ist eine jetzt hier eine Stream-Folge von Geschmackstest. Ha, ha, ha. Das schmeckt so lecker. Unglaublich. Muss ich gleich mal schlürfen. Mmm. Apfeltee. Oh. Du bist der Beste. Und auch hier. Schwarzer Tee Apfelzimt. Du bist der Beste. Schwarzer Tee Apfelzimt. Philchus Tee, du bist der Beste. Alter, der schmeckt echt lecker. Ja, ja, ja. Gib, gib, gib mir, gib mir die Waffe. Und immer ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Let's go, let's go, let's go. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Ja, ja. Ja, gib mir die Waffe. Laber nicht. Gib mir die Waffe. Ja, die müsste... Du wirst jetzt kriegen, ne? Ich habe eigentlich alles erreicht, was sie wollte. Und ich bin nicht gestorben. Und ich habe es eingestellt. Ich müsste die eigentlich kriegen. Komm, gib mir die Waffe. Ja, Blazing Metal. Wieviel Er hat uns frei hier steht niemand Tom und Alice waren nur waren nur Einbildungen sie existieren nicht oh Gott boah wie cool er sein Schwert schwingt Alter wild wieso fällt er um? ich habe da unten gedrückt oh boy dafür dass ich jetzt oh lol jetzt bin ich im Aufzug und der Ink Demon kommt bitte mach die Tür wieder zu oder fahr mal wieder weg ist ja Naturzone schüss Ink Demon ich fahr einfach mit dem Aufzug vom Ink Demon weg ist nicht Naturzone da wo man diese Dinar macht ja diese große oder einfach der herzliche Teil des Spiels schlunge wie da hieß der Typ ne der Killer spritz oh boy ey wo bleibt der Plan hier nicht Alter hör auf wenn man springt haut er einen nach vorne das ist ja lustig ha ha geil ha alle verfehlt bis jetzt ne doch nicht ich halte meine Fresse ne doch nicht ich halte meine Fresse Killer komm komm her Killer los los komm nein Antimee oh man jetzt kam kein Killer wie frech Alter Mensch das habe ich wohl verdient jetzt kommt wieder der Jumpscare wo man dann gleich weglaufen muss davon ich find's halt geil der hat das zu der hat dieses diesen Durchgang einfach zu geprettert für das er mich jetzt erschreckt und mich verfolgen kommt weißt du das ist so dumm wieso pretterst du den Weg zu dass er selber nicht mehr durchkommt er muss es selber zerstören das ist so doof was ist das denn was ist was ja warte ich muss mal ausprobieren bin gespannt das ist schon gut das ist anders noch besser ok warte aber da muss ich ja kopieren das kann ich doch nicht ausschauen aber auch du von John nicht schreiben kannst was ich bin da viel zu inkompetent für ja warte mal oh nee es ist noch Ding hat noch einen cooldown warte ich geb's dir ein ok ja ich bin gerade verhörter ich geb's dir einfach ein bonjourno ich drehe einen Porno ahaha 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 bonjourno ich drehe einen Porno ahaha das ist so geil geil das ist von Basultan Hanks die Musiker das hab ich gestern im Radio gehört dachte mir das muss ein Soundkommand werden so ich geh mal zum Schrank ich glaub das ist die entspannteste Variante ich glaub das ist die entspannteste entschrankendste Variante ne einfach dieses abgespaced ist auch überall jetzt ein bisschen seit Cyberpunk ich mein schau dir die neue Fall Guys Season an die ist ja auch komplett in dem Style in so in so ja so in dem Style und Stranger Things hat es nicht so diese Retro Sachen rübergebracht fand ich jetzt also die Serie schon aber das Update jetzt nicht wirklich und und ja ich find den Typ aber cool also ich mach den ich mach den äh Killer jetzt schon vom Aussehen her einfach genau so ein Lauch wie ich das fühl ich richtig das fühl ich wirklich richtig dieses Mal nicht die Pflicht von Speedrunnen weil das echt eklig ist natürlich hab ich das gehört Hopf kannst du dich getaubt oder was ist echt lustig wenn es ein Chumski ergibt auch wenn man nicht hinschaut hehehe das ist die Meisterleistung irgendwie ich würd mir trotzdem in die Hose schreißen glaub ich nicht wenn du weißt dass er kommt ja ok ja ich find auch nicht gut und hab so mal wieder gespielt Junge meine Gold Chain die ist ja wild die ist am flattern Junge Hopf geht mir so auf die Eier ja hab ich gesehen die geschwollenen Junge mal meine Ohren schwillen gleich an wenn du noch weiter redest aber ihr saßt hier aber ist wieder bei dem Ding John nicht bei dem anderen John ich bin hier bei dem hier warte dem hier die hatte gerade keine Frisur haha ok sowas ich will sie ohne Haare ausschaut und hier das heißt bring home the bacon das können wir abschließen woher kommt ist der oh Gott der Ding kommt der Dämonen der Dämonen kommt oh Gott erstmal in den Schrank gehen haha ich bin gerade rausgezappt und höre nur dieses Geräusch vom Demon dachte mir so oh shit haha scheiße richtig frecher Dude jetzt kommt nämlich der Dämon wo läuft der Dämonen ja nicht wigglen hier also du hast morgen wieder raus natürlich so 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 let's go ja KANDA haha geiler haha 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 KANDA Jungen hat er nicht gesehen egal das machen wir bei dir gleich nochmal aber Junge wie der läuft haha Junge ich ahne das Schimpep jetzt wird er wieder angezündet Schimpep so Schimpep heißt er Pep oder PEMP PEP PEP ja haben wir noch PEPs haha das ist ein bisschen Otto geworden I smoke Shadow haha mein Alter Gott wer kann sich das weiß denn? ich nicht weil das ist mein Alter ähm schreien wir über die Kappe Hä? was war das denn für ein Lack? JA ich saß gerade auf dem Jender aber es ging nichts jo scheiße 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 ich muss hier weg nur die Tür haha 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 Jungen wie er in der Tür parkt Jungen Jungen das ist ja die beste Idee ever wie cool okay jetzt kommt jetzt kommt die Axt Axt Action die Axt oh Gott ne ich lasse Wortwitze bitte G ja H.S. ist die Steigung eines Dingsbums von irgendjemanden so Pyramide Dingsbums von Pyramide da war doch nicht irgendetwas H.S. nein es ist die H. Höhe H.S. ne die See die See die Höhenseite die Seitenhöhung des O's Höhenseite ganz spannender Ging so zu der Runde, die ist ja gar nicht so richtig spannend. Du meinst dieses Höhe-S, ne? Höhe-S? Höhe-S, ja. Gibt's auch die Höhe-Drink? Lösch dich weg, komm! Ne, lösch du dein Twitter weg, komm! Ja, aber Lerin sagt immer so, yo, was ist denn die Seitenhöhe davon? Und dann immer so, was du hast mich als Huch und so beleidigt? Zitat, Zitat. Hatte ich überhaupt irgendwelche Perks? Solche Interessen machen nicht auf oder willst du raus? Bist du das? Ja, bist du. Ich muss erstmal links unten schauen, ob du das bist. Nein, 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 nein. Ah! Er ist durch mich durchgekrochen! Was war das denn? Ich muss mich nicht mal verstören. Warte, muss ich jetzt singen. Can't stop this laugh, can't hearing your heart, wherever you go, I will cut you apart. Das war Cut through you for no spin. Performance von Mari. Ich sterbe auf ihrem Kopf, Alter! Wollte ich halt aus deinen Kopf gehen? Oh nein! Die sind überfordert, Alter! Wie cool! Ja! Sie dreht sich im Kreis! Junge, das ist ja das Geilste, was ich jemals gesehen habe, wenn ich so spiele, ne? Ah! 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 Junge, Alter, okay! Ihr seid immer so doof! Man hat einfach 3... Aber kann alle gleichzeitig werfen? Yo! Wie er lacht, Alter, das ist saugeil! Ähm, ja, wie gesagt. Die Musik ist halt ziemlich derpy, finde ich. Na du! Vielleicht muss dein Kopf drauf, kann das sein. Wo muss er hin? Wieso bist du jetzt hinter mir auf einmal? Du warst doch gerade da! Der Slenderman, Alter. Aber irgendwie cool, ne? Dass sich Schafe auf Schlaf reimt und Schieb aufs Lieb. Das ist schon irgendwie cool. Hat schon was. Dankeschön. Tom. Okay, jetzt muss ich 50 Viecher hauen. Der ist fake. Loll, ich dachte, da wär ne Wand. Okay, der springt drunter. Ich sollte echt Wahrsager werden, ne? Jo, wir haben auf du das Loch durchgeworfen, Alter! Das ist Skill. Wie er einfach umdreht. Oh, das ist der Falle. Erstmal rückwärts einlegen. Ah, so geil. Komm, die Falle da hinten ist auch noch supi. Supi dupi. Nein, schade. Da sieht man seine Ohren, warte. Das muss ich mir nochmal anschauen. Äh, ne, ne, nicht Quali, sondern Geschwindigkeit. Haha, wie er aus dem Boden kommt. Oh, geil, das ist so geil. Hahaha. Wild. Das Fenster hier ist zu, das ist ziemlich ungut. Bitte kein Ghostface, ne? Oh Gott. Ich dachte, du wärst ein Killer, Alter. Pfff. Das war knapp. Hahaha. Hier hab ich kurz umgedreht, ob der Gegner wirklich hinter mir ist. Und ja, war er. Pfff. Komm, eine Runde werden wir noch hinkriegen hier. Wow. Aber wow. Ähm. Lol. So schnell hab ich noch nie die Runde gefunden. Ich hab nicht mal Ready gedrückt. So strange. Wait a minute. Who are you? I like sing, dance, pretend, and... Kazoo. Ich kann alle, also, let's go. Kann man machen? Wusste man aber nicht. Puff. Oh, wir haben eine Runde gefunden. Einmal nur niesen, dann fühlt man eine Runde. Sehr schön. Wie gefällt der neue Killer? Eigentlich ganz gut. Gesundheit. Eigentlich... Thank you. Ja, ich bin... Ich bin... Högel. Ich bin...